So, ich habe doch ein bisschen weiter gemacht, aber... also nicht so weit. Geht so weiter als sonst. Geh weg, geh weg, geh weg! Zack! Du Idi! Mann! Jetzt geht's... Zum Kotzen, echt. Ja, halt das Maul. Das ist doch scheiße, echt. Stirb! Komm raus! Dann kann ich dich killen. Scheiße, da kommt noch einer. Mann! Das ist... Verdammt. So, kommt los, weiter. Ja, Ruhe, genau. Mein Reden. Ach, du Schundel. Also Headshots sind ganz gut. Immer wenn man die Waffe wegsetzt, dann kommt so ein Viech an, ey. Zum Kotzen ist das. Du hast eine Ahnung, wer hier die Leitung hat? Ja, ich. So. Zack. Headshot. Jetzt warten, bis der nächste kommt und speichern. Da ist er. Aua. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Tut mir leid. Mehr kann ich nicht versichern. Also, ich bleib erstmal hier. Komm, Ned. Positiv. Hier bleiben wir stehen und laden nach. Ich hab ein übles Gefühl, was diesen Einsatz ist. Äh, Roger, alles klar. So, gar noch die Kutte. Tuschungseinsätze für Sachen, die die Regierung verbockt hat, standen aber nicht in meinem Vertrag. Ruhe jetzt. Auf. Ach. Auf. Auf. Auja Klopter hat auch nie Wir haben kein... Da hat wohl gar keiner überlebt So dann kommt es noch ein 4 an Ich hab... Ich hab keine Waffen gegen das Die gesamte Operation ist außer Kontrolle Ja ne? Hast du auch schon gemerkt? Du hast mir in den Rücken geschossen Was soll das? Was war das? Ach nicht schon wieder Aua Naja das klappt noch nicht Ich weiß dass er hinter einer ist Ausgerechnet jetzt muss ich diesen Job bekommen Was? Cheater! Jetzt fängt das... Jetzt gehts noch ab ey Das ist mir zu viel Danke Danke Scheiße Geh! Du solltest gehen! Gehen und nicht stehen Hm... Wo sollen wir eigentlich hin? Hier? Ja stark an ne? Oh ja hier sind wir richtig Das ist ne laute Zone Wie viel Leben hab ich? Eins! Richtig! Habt ihr richtig gezählt? Oh super! Oh super! Das ist ein Fisch Klasse! Weiter gehen! Ich lass mich jetzt mal auf Ich lass mich jetzt mal auf Das war nicht viel da waren halt Immerhin Und was ist das für ein Fisch? Weiter so! Hey du da hinten! Sterb! In Bewegung! Weiter so! Was ist das denn? Der G-Man telefoniert? Mit einem Handy? Also dann los! Das ist ja immer ein Ding Los! Bewegung! Also dann los! Weiter so! Da hab ich schon gespeichert Los! Bewegung! Also dann los! Weiter so! Weiter so! Können wir uns abschießen? ich weiß nicht, ich kann nicht direkt auf das ist nicht gerade nett hab ich jetzt fast geschafft ich denke mal ich soll das abknallen ich bin ein ich bin ein Was war? Wahrscheinlich zugefahren. Oh, hat sich loskeh das hier. weiter so ich habe euch alle gegrillt ich springe jetzt ins Wasser das ist mir egal hier kommt es aber durch ich gehe jetzt hier links sollen sie sich mit dem analysieren wo bin ich jetzt? das ist mir egal 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 ich versuche noch mal zwei los Bewegung Soba.